so liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu axel zock bioshock nicht gefunden können im spiel fehlen wie geht das denn ich wollte jetzt endlich mal wieder hier eine runde zocken warum seasons pass und so weiter warum ist das nicht annehmen 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 silberigel sind du erhältst von ist was von ist nehm ich lockpick gefunden war immer her mit den geschenken ich weiß noch nicht wieso weshalb warum aber suchst du da was ellie alles klar mit dir das mädchen das das wird immer sonderbar kannst du sagen was du willst bin ich jetzt hier eigentlich richtig wie war denn das g h h die hilfe äh l ne m a ne n was suche nach jennings waffen sollen wir was tut denn da ellie du bist echt eine seltsame tröde kannst du sagen was du willst so habe ich jetzt eigentlich wo ich jetzt hier äh ein moment ich finde ich hätte das raus ich habe so lange nicht mehr gespielt leute inventory das ist es natürlich nicht das ist auch ja nicht das nicht das nicht ziele ja bekleidung das sind doch hier alles meine objekt ausrüsten das ist doch hier alles aus das ist ein katalog oder nicht oder doch oder nicht oder doch oder doch oder nicht weiß das karabino äh shock jockey bla 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 was ist denn hier warum leuchtet denn das warum blinken das nur wie ein blödes ding vielleicht kann auch ein paar sachen updaten auf jeden fall werde ich vielleicht auch demnächst mal tun da bin ich auch fast voll geladen das ist ja ich wollte wo mich jetzt lang ich muss ja raus gab es hier hinten noch was ich bin verwirrt so das sieht gut aus repetier soll ich meine goldene waffe ausgeben und die schöne äh railgarnier das box public reinbord was möchte ich noch gerade aufnehmen was solche die 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 Damit hab ich das auch. Hatte ich zwar schonmal, aber damit hab ich das auch. Ne, Moment. Hier, Munition, wenn es weiter nichts ist. Muss ich jetzt eigentlich... Kann ich da drüben noch rein? Was leuchtet denn hier? Hat ja gerade was hier leuchtet. Ne. Ich bin wieder viel zu übereifrig jetzt hier gerade. Ich will hier raus. Mach mich raus. Ja, wenn das mal nicht verdächtig aussieht hier. Ach komm. Sei ruhig. Nämlich in Ruhe. Ich bin doch wohl, ja. Ihr wollt es... Oh, guck mal. Inskelett, ein Skelett. Wurde? Bleibt ihr hier? Hallo, alles klar? Schnell ausrauben, bevor hier noch mehr... Ali, hab keine Angst. Die wollen nur spielen. Das ist alles gar kein Problem, was die hier machen. Ohne Schlüssel kannst du die Ruhe nicht öffnen. Ist das hier auch ein Schlüssel? Ne, das ist ein Vox-Ofon. Ich hör nichts. Achso, ich muss ja drücken. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet es mit Fitzroy's Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt... Barkeeper, gut. Dann müssen wir jetzt hier mal schauen, wo wir hier zum Barkeeper sind. Und dann müssen wir hier nochmal zurück... Ach, sei ruhig. Ich muss erst mal hier einen Schreibtisch durchsuchen. Spinnt vor, dass ich mich hier dazwischen. Quatsch oder was? Oh, na. Sehr schön. Wo denn? Schau sie. Komm. Da wollen wir hier noch irgendein Schussi? Guck mal her. So. Auch noch. Wo haben wir denn hier noch einen? Oh. Alles klar. Ellie, du kannst mal gucken... Oh, yeah. Moment noch. Die Sache des Herrn. Ach, Quatsch. Na, komm mal her, hier. Da kommt es schon weg. Da kommt es schon weg. Da kommt es schon weg. Danke, Ellie. Nett von dir. Oh, das war es schon. Ergibt dich. Habe ich jetzt endlich auch für die andere Waffe hier wieder. Warum haut denn der ab? Weißt du? Ergibt dich. Ergibt dich. Und rennt weg. Du wirst hier sterben. Wo sprichst du? Warum ist das... Alter, erschreck mich nicht so. V war Narkam. Alles klar. Ja. So, schön Salz. Gibt es auch nicht. Auch durchsuchen. Gibt es da unten noch was? Was? Gibt es alles? Alles noch durchsuchen. Ja. Da aufzublinken. Bleibes Ding. Schreibtel. Bisschen Silberigel. Da zu bronzen. Den hat man... Hat man den schon? Äh, da ist... Irgendwas leuchtet doch da auf. Silberbarren nehmen. Na, guck mal. Gut, dass ich mir mal hingeschaut habe. Hier, gut aufheben. Danke, Ellie. Du bist eine tolle Frau. Welche Frau schenkt einem schon mal Geld? So. Gucken wir nochmal hier drüben hin. Aha, Tresor. Ja, komm. Abspielen. Abends haben sie sich oft heftig gestritten. Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Lärmung. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Na, klasse. Jetzt haben wir voll die Szene von Daisy Fitzroy verpasst hier. Was die zu erzählen hat. Ich wollte nochmal ganz kurz hier hinten hingucken, was hier eigentlich so rumsteht. Siehste? Hat sich schon gelohnt. Was wird das? Schießkassette durchsuchen? Boah, sehr schön. Gibt es hier irgendwelche Sachen, die wir plündern können. Hier ein Lockpick oder pinkeln können mal. Ich weiß es nicht. Kaffee. Ist doch super. Hat es doch schon gelohnt. So eine Duschen. Ja, das sieht ja ein bisschen scheiße aus, wie das so runterkommt. Aber toll animiert. Eigentlich nicht. Aber naja. Du wolltest ja mal nicht sagen. Ich seh da drüben einen Lockpick. Wo denn, Ellie? Wo denn? Da hat sie ihn gesehen. Sehr schön. Und wir müssen hier drüben, äh, wie? Alles voll mit Wasser. Alles klar. Ich renne mal schnell auf die... Jetzt hab ich mich aber erschrocken hier vor dem Schatten. Ich renne mal schnell hier auf die andere Seite. Hier drüben war doch noch was hier, Ellie. Au, machen bitte. Mal sehen. Ich hab ja's. Mädel. Wir sind hier nicht zum Spaß. Danke. Sondern fürs Vergnügen. Das hab ich voll. Salz-Kapazität? Ähm. Boah, komm, wir nehmen das erst mal und Salz machen wir wirklich ganz zum Schluss. Annehmen. Reichweite von nach... wird um... ...drei mal erhöht. Das ist natürlich auch eine... Äh... ...ja, eigentlich ein bei den kritischen Treffer und 50%. Das ist natürlich auch was. Und da ich so wenig, äh, Nahkampfschaden mache, ich hätte das... Aua. Äh... Ausrüstung nehmen. Ich nehm es einfach nur mal mit. Panzerfaust. Karabiner. 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 Ich möchte aber gerne meine goldene Waffen hier behalten. War's das jetzt so? Gut. Dann schnappen wir uns jetzt, äh, von unten hier endlich die, äh, Ausrüstungsgegenstände von Schengling. Von unserem Waffenmeister. Jaja, ich weiß das noch. Ich weiß das noch. Kannst du dir das mal ansehen? Ach, das wird nicht lange dauern. Nicht so, ich suche in der Zeit das Fass hier drüben. Fertig. Sehr schön, Ellie. Du bist... Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Bestimmt. Ich bin voll dafür. Wer die Story noch nicht kennt, kann sich freuen, wie wir die Lage verbessern. So, meine Freunde. Komm schon, ich will ja durch. Guck mal, hier ist noch was. Ein Lockpick. Und was bist du? Eine Leiche. Du bist leer. Ha. Siehst du was? Oh. The folders will bleed. Ja, genau. Bluten sollen sie alle. Das ist nix. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Hier noch was? Öffnen. Ah, jetzt noch ein bisschen davon. Bisschen davon. Tasche mit Geld. Kisse durchziehen. Kisse durchziehen. Kisse durchziehen. Das geht nur relativ schnell. Karabiner. Ich will keinen Karabiner. Was soll ich mit einem Karabiner? So. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Ach was. Zu einer anderen Version dieses Raums. Ohne Geräte drin. Dann steht es irgendwo anders. Ja, wenn die Geräte nicht dort sind, dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bokka, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Jetzt ist natürlich die Frage. Diese eine Truhe, die wir vorhin gesehen haben, könnten wir da noch hin am Ende? Wir werden es rausfinden. Ich gehe einfach mal durch. Komm, mach. Pressen wir ihn und... Schwer geboren. Sehr schick. Ist jetzt hier irgendwas anderes? Nee, Karabiner sind immer noch da. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Bokka, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Das klingt sehr überzeugt. Das klingt extrem überzeugt. Was ist das für ein Aufstand? Wir haben doch immer noch... Die haben doch noch gar nicht ihre Waffen. Danke. Das hört sich ja sehr seltsam an hier gerade. Ich möchte noch mal da hinten in das Fass gucken. Natürlich ist das Fass leer. Ich trau mich gar nicht, da hochzugehen. Das ist so laut überall. Alter Verwalter. Ach, das wurde ja nicht gestötet, aber alles klar. Der hat da oben ein bisschen Nasenbluten. Und wir hören uns mal an, was hier die Daisy... Ach, Mann. Was, was, was ist... Ja, genau. Komm, hier. Ich höre mir das jetzt an. Habt ihr mal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig. Tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Wachs! 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 Das ist leicht nervig. Na? Alter, bist tot? Jetzt bist du nochmal tot. So, ihr hättet es eh nicht gemocht, hier zu sein. Glaubt mir. Haben wir schon durchgesucht, alles klar. Geht's jetzt hier raus? Kehr auch zu Chainlings Werkstatt zurück. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Ja, und die? Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Ach, voll die Miene hier im Weg. Jaja, hier, Bereich verlassen. Ach, voll die Gesprächsgesange, Gesänge, Gesungs. Also, Sprechgesungs im Hintergrund. Ist ja unfassbar. Unglaublich. Hm. Ein Schluck kühles Nass. Auf jeden Fall, Daisy hat ihren Angriff begonnen. Das ist schon mal sehr cool. Äh. Was ist hier los? Ach, verletze deine Verbündeten mich. Ah, so. Ist ja heute Aufstand hier, oder was ist hier los? Ich euch zuerst mal hier die Toten. Was ist das wichtig für mich? Alala. Hallo. Soll ich auch mal? Komm. Mal komm. Komm aus. Komm aus. Ja. Verdammt. Ich muss hier mal ein bisschen mit eingreifen. Das gibt's doch gar nicht. So, hallo. Wie geht's denn so? Was hast du denn dabei? Salz. Äh. Zu sein, als irgendwo den Kraftmittel anzuzeigen. Zu halten. Ah ja, das hab ich bis jetzt so. Ich habe... Genau. Das. Ach, du, ich hier behalte. Das passt schon. Ach, ich guck mir mal die Gegend hier ein bisschen von oben an. Aber wisst doch was. Uiuiuiui. So. Ich verstecke mich jetzt hier erstmal und sage Dank für Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bis denne.